So meine Lieben, die Montage ist ready. Der Köderfisch ist oben eine kleine Rotfeder, extra schön klein, weil es ist ja noch ziemlich kalt. Ich denke mal, die Fische sind sehr, sehr inaktiv gerade. Wir hatten einen massiven Wetterumschwung, es ist kalt geworden und Wasser stand auch nicht so hoch. Das Ganze werde ich noch mit einem Spray versüßen oder verbessern, besser gesagt. Und dann heißt es ab, raus in die Strömung. Habe schon richtig Bock, wird spannend werden. Und ja, haltet mir die Daumen.